Seine Kamera war eine alte Praktika aus den 80er Jahren. Das Objektiv, das er damals dazubekommen hatte, war ein ordentliches Carl Zeiss Jena-Objektiv, dieses 50-Millimeter-Ding, welches radioaktiv verseucht war und dadurch einen herrlich gelblichen Stich in den Fotos hinterließ. Nun mussten erst einmal vernünftige Motive her. Oder sollte er sich gleich konzeptionell an die Sache heranmachen? Was konnte er sehen, was andere nicht sehen konnten? Was wollte er zeigen? Ganz so einfach konnte es ja nicht sein, sonst würde ja jeder Fotograf werden. Die Selbstzweifel wollten kurz in ihm aufsteigen, aber er ließ ihnen keinen Platz. Er packte seine Kamera ein und machte sich auf den Weg in Richtung Kiez. Man kann das eine mit dem anderen verbinden, hatte er sich gedacht und öffnete zum dritten Mal in dieser Woche die Tür vom Karlsons. Na, Robby, hast dich selbst gefunden? blückte ihm Michi entgegen und Robert überlegte, ob er sofort wieder gehen sollte. Nein, das genau war es, was er einfangen wollte. Die Öde, die Tristesse eines von Vorstädtern so geliebten, angeblich bunten Hamburger Kiezabends. Ja, hab ich. Und du bist gleich Teil davon. Mach mir bloß keine Angst, Minion, polterte Michi. Robert holte seine Kamera hervor und berichtete Michi von seiner neuen Idee. Oho, der feine Herr macht ja sowohl in Kunst, oder was? Karlsons konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen. Tu mal so, als wäre ich nicht hier und lass mich mal machen. Ohne dich ist das aber viel langweilig, Robby. Das war ja fast eine Liebeserklärung, die Michi mit ernster Miene von sich gab. Also gut. Erstmal mit den Jungs etwas trinken und dann zur Arbeit übergehen. Das Karlsons war nicht rappelvoll und der heutige DJ machte seine Arbeit anstandslos. Elektronische Beats wummerten durch den Raum, aber immer von Gitarrenwänden begleitet. Irgendwann hatten die Anwesenden das kleine Ding in Roberts Hand vergessen und er konnte seinem neuen Hobby nachgehen, ohne dass sich jemand beschwerte. Noch im Januar hatte er eine Anton-Korbin-Ausstellung besucht und war nachhaltig von den Porträts seines neuen Vorbilds beeindruckt. Robert machte bedacht auf die begrenzte Anzahl an Bildern eines Films Fotos von seinen Freunden und Gesichtern des Abends. Zwei Filme hatte er dabei, die er komplett verschoss. Er hatte extra solche Filme eingepackt, mit denen er trotz des wenigen Lichtes in der Kneipe noch brauchbare Fotos machen konnte. Während er seiner neuen Leidenschaft nachging, kam ihm auch ein Motto für diese Reihe in den Sinn. Er wollte seine ersten Fotos unter das Stichwort Schatten stellen. Das war zu einer Hälfte Notwendigkeit, denn vieles schien ihm schon während des Fotografierens eindeutig zu dunkel. Zur anderen Hälfte aber war es sein Konzept. Ob es dann zu Hause in seiner Kammer auch zu Tage kommen würde, was er des Nachts festzuhalten versuchte, war reine Spekulation. Dann über die Tjection.